Hier sind wir im Camellia World's Helene Resort, das LTI Hotel, hier von außen, ganz tolle Anlagen, hier ist es Fulia, hier hinten ist das Camellia World Plus und hier ist die Raucherecke. Und das ist hier Premium, 5 Sterne Premium, super lecker mit allem. Ich bin der Hubert, ich führe euch jetzt durch die Anlage und wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos. Unten auf Gefällt mir drücken und dann seht ihr auch die weiteren. Bis dann, tschüss.